Ja, grüßt euch ihr lieben. Nächster Trailer. Eigentlich war so geplant, dass nur die Verena am 22.08.2019 mit mir spricht zu dem Thema hier. Aber, 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 da kam da noch ein Überraschungsgast dazu, nämlich ihr Junges, der Janosch. Wo haben wir den? Haben wir den irgendwo? Momentl. Ai, 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 ai. Das ist immer was. Aber kriegt man gleich hin, kriegt man gleich hin. Das müsste nämlich dann hier sein. Ja. Und so wurde es dann eben der neue Titel. Verena, ihr Junges und ich im Talk am 22.08.2019 zur Lage der Nation. Tja, wer es denn wieder schauen möchte, geht auf einen der Kanäle, BitChute, VK oder Telegram, für die, die das aufmachen bei Wagenews.tv. Wenn ihr da einen Link rauskopiert in eure Browserzeile, guckt, dass in diesem Link keine Leerstelle ist, sonst funktioniert er nämlich noch nicht. Also erst funktioniert er dann, wenn die Leerstelle rausgeholt ist. Ja, das ist irgendwie blöd, es passiert halt immer, wenn die Links relativ groß sind beim Übertrag. Oder reinstellen von YouTube auf Wagenews.tv. Okay, macht es mal gut, das wäre es gewesen. Tschüss.